Die Rolle der Sternensaaten, Blaustrahlen, Freiwilligen, Indigo, Kristall und Regenbogenkinder besteht darin, den Planeten mit ihrem Sein und ihrer zielgerichteten Bestimmung zu erhellen, die Schwingungen vom Nullpunkt aus zu erhöhen. Jede einzelne Sternensaat hat zugestimmt, an diesem planetarischen Bestreben teilzunehmen, indem sie das menschliche Leben mit angeborenem Gedächtnisverlust erlebt, um eine gerechte Beteiligung sicherzustellen. Diese Lebenszeit im 21. Jahrhundert auf der Erde ist alles andere als normal und dient als Brennpunkt für einen Konflikt in Dualitätsfrequenzen, die die Menschheit körperlich und karmisch seit Jahrtausenden beeinflusst haben. Am Epizentrum einer tiefgreifenden Transformation positioniert, hat das Bewusstsein des Planeten, Gaia, sich dafür entschieden, zu höheren Existenzebenen aufzusteigen und die auf ihr beherbergten Menschen auf dieser transzendenten Reise zu begleiten. In den Galaxien ist dieses bedeutende Zeitalter eine kosmische Intervention, unterstützt von solaren Kräften, intergalaktischen Verbündeten und dem Willen von Gaia, die alle als Werkzeuge für Transzendenz dienen. Als Freiwillige tragen die Individuen dazu bei, ihre zellulären Schwingungen inmitten einer Matrix dichter Schwingungsfurcht zu erhöhen. Der Zweck auf Gaia besteht darin, diejenigen zu erwecken, die aufsteigen, Trost für das Erwachen und beim Erwachen zu geben und alle zu führen, zu schützen und zu heilen, die ihre Hilfe suchen. Aufgestiegene Wesen, die sich an dieser tiefgreifenden Verschiebung beteiligen, sind unter uns, verbinden sich vom Himmel aus und drängen uns dazu, Stärke, Ruhe und eine liebevolle Schwingung aufrecht zu erhalten. Die Verankerung von hochfrequentem Licht in Gaias Gitternetz ermöglicht Wellen von transformativer Energie, die lange schlummernde DNA-Stränge aktivieren und Individuen auf fünfdimensionale Wellenlängen ausrichten, die eine bedeutende Evolution ermöglichen. Die aktuelle Ausrichtung von Mond, Sonne und Merkur in den Fischen verstärkt die Kraft und das Geheimnis der Neumond-Phase. Es ist eine Zeit mit großem Potenzial für spirituelles Wachstum, emotionale Tiefe und dramatische Transformationen. Auch wenn die kollektive Energie Dich in ein Drama hineinziehen kann, solltest Du Dich darauf konzentrieren, Deine Energie zu klären und Dich zu erden, um diese expansive und intuitive Energie der Fische voll zu nutzen. Diese Zeit ermutigt aufsteigende Menschen, sich mit den Seelenaspekten zu verbinden, um höhere Ebenen des Selbstbewusstseins zu erkunden und über die nächsten Schritte nachzudenken. Denke optimistisch, träume groß und ergreife die Möglichkeiten für spirituellen Fortschritt und Zeitlinienverschiebung. Während die Dimensionen verschmelzen und sich der Wandel entfaltet, achte auf die Verbundenheit aller Dinge. Sternensaaten, Ihr befindet Euch auf einer Reise des Aufstiegs, die über das hinausgeht, was Ihr vielleicht für möglich gehalten habt. Euer kristalliner Körper erwacht zu Eurer göttlichen Natur und führt Euch dazu, Hindernisse zu beseitigen, um Eure innere Wahrheit und Liebe zu verstehen. Vertraue darauf, dass Dein Höheres Selbst Dich in Einklang mit Deiner wahren Kraft der Liebe bringt. Nimm die Gelegenheit wahr, Dich in höhere Bewusstseinsbereiche zu begeben, während sich die Erde transformiert. Befreie Dich aus negativen Zyklen und ergreife neue Möglichkeiten für inneres Wachstum. Vertraue auf Deine Intuition, um diesen globalen Wandel zu steuern und die Rekalibrierung in Dir und um Dich herum auszugleichen. Bereite Dich darauf vor, in Frieden und Harmonie in der fünften Dimension zu leben, in liebevollem und hingebungsvollem Aufstiegsdienst von den Lichtarbeitern des Aufstiegs. Verst şehirn die Klammer durch eine Hatte von dem